Das E-Auto. Leider sind die Rahmenbedingungen nicht wirklich kundenfreundlich. Noch nicht. In den Werbespots ist alles ganz einfach. Elektroautos sind schnell, stark und komfortabel wie herkömmliche Benziner. Nichts blubbert, raucht und stinkt mehr. Das neue Autoherz ist eine riesige Batterie auf vier Rädern. Aber immer noch mit zwei Problemen. Wir brauchen, damit es für den Kunden attraktiv ist, brauchen wir Reichweite und wir brauchen schnelles Laden. Und das nicht nur beim normalen Elektroauto. Seit den Erfolgen von Tesla arbeiten auch die deutschen Hersteller an vollelektrischen Sportwagen. Unsere Kunden erwarten, dass ein Porsche natürlich auch sportwagentypisch fährt, auch ein Elektro-Porsche. Das heißt, auch wenn der Kunde in sportlicher Fahrweise über die Autobahn oder eine Landstraße fährt, selbst wenn er auf der Rundstrecke fährt, erwartet er, dass die Leistung nicht einbricht. Die Kundenwünsche soll ab 2020 der Porsche Mission E erfüllen, der letztes Jahr als Konzeptstudie vorgestellt wurde. Das Design erinnert an den 911er. Doch der Antrieb kommt von zwei Elektromotoren, die 600 PS und eine Beschleunigung von 0 auf 100 unter drei Sekunden schaffen sollen. Das geht aber nur mit der richtigen Batterie. Hier im streng abgeschirmten Entwicklungszentrum in Weißach bei Stuttgart arbeitet der Österreicher Ottmar Bitsche genau daran. Der entscheidende Unterschied zu herkömmlichen Batterien? Bitsches Team setzt auf Hochspannung. Große 800-Volt-Batterien sollen den Elektrosportwagen von morgen beschleunigen. Wir verwenden hier Lithium-Ionen-Pouchzellen. Die werden in diesen Modulen hier verbaut. Die Module sind standardisiert, die im Unterboden vom Fahrzeug untergebracht sind. Dadurch haben wir einen sehr niederen Schwerpunkt. Die Batterien haben Wasserkühlung. Damit können wir sicherstellen, dass wir Dauerleistungen von über 200 kW sowohl beim Laden als auch beim Fahren unbeschadet überstehen und die Batterie immer im Wohlfühlbereich halten. Und bei einem schweren Unfall schalten die Airbag-Sensoren das System sofort ab. Eine steife Trägerstruktur soll vor mechanischer Beschädigung schützen. Mit einer solchen Schnellladesäule soll Porsches Hochvolt-Batterie künftig in nur 20 Minuten bis zu 80 Prozent aufgeladen werden können. Energie für die nächsten 400 Kilometer Reichweite. Die einzige Möglichkeit, diese hohen Ladeleistungen zu realisieren, war mit der Spannung hochzugehen auf 800 Volt, um nicht so hohe Ströme zu kriegen, dass die Kontakte und die Kabel überhitzen und dass wir auch vom Kabelquerschnitt nicht solche Kabel bekommen, sondern eben die Kabel, die Sie hier sehen, die noch mit normaler Kraft zu betätigen sind. Von dieser Ladevision existiert bisher allerdings nur der normierte Stecker. Denn im Straßennetz gibt es weder 800 Volt-Säulen noch die dafür notwendigen Hochleistungsnetze. Schnellladestationen schaffen hierzulande derzeit maximal 400 Volt. Tesla hat sein eigenes Netz mit 480 Volt-Säulen. Das will auch Porsche. Also wir werden auf jeden Fall aus eigener Initiative aus dem VW-Konzern heraus Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen. Wir wollen das natürlich mit Partnern machen, aber wir sind überzeugt, dass wir Ende dieses Jahrzehnts, wenn der Mission E auf den Markt kommt, die Ladeinfrastruktur zur Verfügung haben. Szenenwechsel. Das Batterieforschungszentrum Miet der Universität Münster. Hier arbeiten rund 150 Wissenschaftler unter Leitung von Professor Winter daran, dass Batteriezellen künftig erschwinglicher werden, neben mehr Leistung und besserer Haltbarkeit. In ihren Labors tüfteln die Wissenschaftler an neuen Rezepturen für die richtige Zellchemie, dem entscheidenden Erfolgsfaktor. Immer neue Mischungen von Elektrolyten stellen die Teams her, bauen in einem Trockenraum das leitfähige Material in Zellpacks. Danach werden die Batterien ständig auf- und entladen, um die Leistungsfähigkeit einer neuen Elektrolytmischung zu prüfen. Trotz zahlreicher Forschungen an alternativen Batterietechnologien, wie zum Beispiel der Metall-Sauerstoff-Batterie, konzentriert sich die Weiterentwicklung auf eine bekannte Batterietechnik. Im Moment ist es so, dass wir ein sehr, sehr gutes System haben mit einem hervorragenden Eigenschaftsmix, und zwar das Lithium-Ionen-Batterie. Eigenschaften wie Leistung, Energie, Lebensdauer, Sicherheit, aber auch niedrige Kosten sind damit schon realisiert, beziehungsweise werden in der nahen Zukunft realisiert werden. Das ist für uns der Maßstab für alles andere, was wir untersuchen, womit wir die Batterien besser machen wollen. Die Kosten für eine Batterie je Kilowattstunde sollen in den nächsten Jahren von 350 Dollar auf 100 Dollar sinken. Auch durch Massenfertigung, wie in der neuen Gigafactory in Nevada, die Tesla und Panasonic gerade aus dem Boden stampfen. Wir sehen, dass Batterien performance-mäßig, also bezüglich der Leistung, aber auch bezüglich der Kosten mit dem Verbrennungsmotor ab 2025 ungefähr parigieren können. In knapp zehn Jahren will man also konkurrenzfähig sein. Wirtschaftlich interessant sind Batterien übrigens auch nach ihrem Einsatz in Elektroautos. Man kann sie zwar nicht recyceln, aber sie können weiter Strom liefern, als stationäre Energiespeicher für Stadtviertel oder Wohnanlagen, wie hier im neuen Altbatteriespeicher in Lünen. Die Zukunft der Elektromobilität, sie hat gerade erst begonnen. Denise não, converting hat quartier, also hat sich vorne bei der Landesregierung wieder Starbatteristice in der in Verbrennungen.